Achso, das sind die Gegner. Ah, ich weiß, dass die Gegner haben. Oh, ja, okay, 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 okay. Walkhard, hallihallo. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gerafft, dass die Gegner mir gegenüberstehen. Da das nicht... ...nicht mein Team war. Äh, Moment mal. Was ist denn die Markierungen hier? Oh, ich hätte einen Doppeljump machen. Achso, das ist der Shop. Okay, hier gibt es noch einen Shop. Hallab ich da nicht hin. Hallihallo, Brokenheart. What the fuck? So, ich hoffe, meine GPU schafft es jetzt. What? Ich bin auf der falschen Lane, by the way. ... ... ... ... ... Geil. Spiele ich gegen Bots oder spiele ich gegen absolute Noobs? An Equalizer. Be still. I can improve my techniques. Knap time. Irgendwie fehlt hier aber auch einer meiner Lane oder? Ach nein, ich war einfach in einer 1v1-Lane. Das Cube ist niemals zu retten. Ich habe dich nicht geholfen. Die Schäden schützen sich nicht. Oh, ein schöner Halt von ihm, ein schöner Halt von ihm, ein schöner Halt. Oh, er ist in der Halt. Ähm, Armour, Bonus-Health, Rapid-Rounds, Headshot-Damage. Oh, free jump. Let's go. Nö, nö, nö. Ihn lass ich nicht am Leben. Okay, man kann ziemlich hart auf die Minions schalten bisher. Gefühlt. Ich werde nicht stoppen, bis sie tot sind. Gibt's ja nicht irgendwas nebenmäßiges zu tun? Nö. Oder? Bist. Gibt's ja nicht, was meine Halt. Und dann? Bi-bist. Du bist ganz sicher. Du bist ja nicht. Bist. Wisch. Bist. Bist. Hier kann er auf sich selber machen, mal festgestellt. Kann er auf sich selber machen? Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem Leben, langsam. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ok, jetzt rennen wir von mir weg. Alternative ist, ich vorstand dafür. Ok, da bügt sich einfach ein Gezu drum. Was, ihr Guardian ist beendetet? Was machen die denn? Das ist der Beginn von etwas wunderschön. Oh, nein, 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 nein! Ei, 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 ei! Haben wir hier noch was? Rapid Rounds, das war glaube ich noch ziemlich wichtig. Quick Civil Reload. Nope. Pull it with Stradar. Enemy When Due Spirit. Active Reload. Hey, du machst hier! Ah! Du hast eine gewisse Paz. Jetzt habe ich deutlich mehr Burst. Gute Nacht. Es ist nur die Minions durch die Wände. Bebop ist weg. Bebop ist weg. Ich habe jetzt einen deutlich stärkeren Burst. Wow. Oh shit ey, holy fuck. Ja, da spielen glaube ich welche zusammen. Da spielen glaube ich welche zusammen. Ich kann eine Todesaufnahme abspielen. Ich bin nicht unsichtbar geworden. Ich muss aus der Sichtweite raus. Das ist auch wieder etwas, was nicht in der Beschreibung steht. Ich muss aus der Sichtweite raus, damit ich da Dinge tun kann. Ich bin nicht sicher. Wutherwing Wisps. Swiftstriker. Suppressor. Ich sehe Viskus. Ich sehe Viskus. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich werde das nicht sein. Ich bin nicht sicher. Ich muss nicht, dass ich uns nicht hinfassen kann. Warum sind wir jetzt alle hier? Ich hab das schon verstanden warum. Okay, einfach one hitten jetzt. Okay, das ist ja insane. Okay, jetzt ist es wohl die... Okay, das ist uns vorher. Oh Gott. Ich hab meinen Versuch noch wegzukommen. Ei, 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 die sticky Bombe auf mir. Ich hab das Gefühl, unser Team fällt ganz schnell ins Gesicht. Man sieht aber hier keine Gesamtzusammenfassung. Ich steh auf 8, 2, 2, 5, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 1, 5. Hm. 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 Ich weiß nicht. 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 Wie ist denn der da? Wie ist das das? Du sagst. Ichекотор guitarist zu ihren Quatschersammeln. Ich Patriote. Ja. Welche Heroismus, Warden. Ich schaue in den Schatten. Ich habe lieber Schrottschlopfen. Ich bin zu weit entfernt. Es ist Zeit, um zu verschwinden. Nur die Kanne wird überleben. Okay. Schon wieder alle hier, ne? Ach, come on! Ach, come on, man! Ach! Wuthering Whip. Das habe ich halt schon alles aktiv. Ich bräuchte mehr... Bullet Lifestyle. Das darf ich nicht kaufen? Jetzt darf ich's kaufen. Kinetischer Sport. Ich sterbe grad so oft. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass unser... Können wir überhaupt noch was erreichen? Ich würde gerne an der kommen und von der Seite kommen. Aber ich muss halt... Die sind halt echt... Uff... sind die. sind die. Du kannst zwei trainers beginnen... Äh, ist grad jemand hergekommen. Ich wollte mich hoch... Ich komm da nicht hoch, oh man... Sie haben die Laufbewerbsыс gemacht. Gibt es einen Grund, warum man so nach hinten geht? Ach so, da sind noch Gegner. Suche Heroismus, Warden. Was ist das da eigentlich? Ich weiß nicht. Gehen wir zum Yellow. Der Urn hat sich verletzt. Kein Gelegenheit. Sweet dreams Okay Ah shit man Da waren halt drei Leute auf mir Da waren drei Leute auf mir Und sie hat mit mir noch Hast du eine Botlobby gestattet oder nicht Ne hab ich nicht Ich hab normale Entschuldigung Ich hab ewig nicht gelesen Ich hab eine normale Charakter Lobby gestattet Keine Botlobby Tesla Buluds Burstfire Burstfire werd ich Okay, ist einfach ein Upgrade Straight up anscheinend Okay Ach nee, jetzt hab ich den Ah, ich hab jetzt Slots freigeschaltet Hier unten seh ich gerade Wo ich alles reinpacken kann Okay, okay, okay Code Blue Hallihallo Ch PS Wollte mir jetzt zugucken Wie ich grad ins Gesicht krieg Nur schon guten Tag Ah, Lee, hallo. Was habt ihr gespielt? Hat ja auch... Das sieht aus wie ein Molotow-Kacktell. Klopf, klopf. Halli, hallo. Danke für den Raids. Sehr lieb von euch. Wunderschön. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo mein Team ist. Ah, sie sind ohne mit aufgehoben. Okay. Ohne Frau. Macht vor uns. Muss ich jetzt zur Base bringen? Die Action knallt rein. Weiß ich nicht. Es geht. Was mach ich denn mit der Urne? Bring ich die zur Base? Ich weiß nicht. Genau. Zu einem Altar bringen. Was ist denn ein Altar? Achso, das ist auf der Map markiert. Ähm. Hey. Okay. Okay, ich hab die Seelen ohne aber direkt fallen lassen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das bringt. Ob das wirklich so eine gute Idee ist. Vor allem, wenn der Gegner in der Nähe ist. Ich hab die Seite. Aber wer kommt mit meinem Team? Bleib bei mir. Ich muss sie denn alles haben. Ich muss sie denn da oben. Ich werde mich überwiesen. Dieses kleine Ritual von dir ist wirklich mit meinem Job. Wird deponiert. Okay, wir haben hier einiges bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Was ist das da? Wo bringe ich das hin? Ich bin so verwirrt in dem Game noch. Also wirklich verwirrt. Hier geht so viel ab. Ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen Insta-Reload verkackt. Ich habe zumindest Damage gekauft gemacht. Oh Gott. Uiuiuiuiui, ich habe fast keine AP mehr. Kann ich mich irgendwo heilen? Was ist das? Will ich das wissen? Ich habe vielleicht den Gegner aktiviert, die ich nicht aktivieren hätte sollen. Uff, 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 uff. Ja genau, das ist dieses, dieses, äh, Ralf-Valorant hier. Das ist nur, äh, wurde gestern eingeladen und ich dachte, ich probiere es heute mal aus. Aber, I don't know. Das geht ganz schön durcheinander. Ich fand, habe ich 9000 Seelen. Okay, okay. 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 Ist das eine Markierung, dass man sich da verstecken kann, oder was? Das ist das eine Markierung, dass man sich da verstecken kann, oder was? Das ist dieses Valorant-Kappar. Ich kann sie im Nahkampf nicht besiegen, sie ist genauso carry wie ich. Okay, ne, Nahkampf ohne Ult geht nicht gegen sie. Das, das funktioniert nicht. Nope, not even close. Not even close. Äh, Superior Stamina, Air Jam, Fire Raid, Unstoppable, Bonus Health. Ein Fähigkeiten-Slot wählen, keine Ahnung. Haben eins Unstoppable gekauft. Hätten wahrscheinlich Lucky Shot vor allen Dingen gebraucht. Und Rikrohrat. Ich habe keine Ahnung, wer hier vorne liegt, ne? Also wirklich nicht, so gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das ist einfach Creeps. Das ist auch überhaupt nicht kombiniert gerade, also zusammen als Team. Ich muss auf die Map gucken. Ich muss auf die Map gucken. Dann laufe ich wieder mal schnell zu meinem Züge rüber. Dann laufe ich wieder mal schnell zu meinem Züge rüber. Okay, ich kann hier aber nicht höher. Das haben sie... Ich wollte nicht da hin. Kann ich da rüber lagen? Okay, das sieht nicht so aus. Was ist das? Ähm, okay. Wir pushen Lanes. Wir gehen für Makro-Plays. Währenddessen die sich gerade fighten. Wir gehen von der anderen Seite rein. Oh Gott. Ich bin mir noch gefightet auf der anderen Seite. Ja gut, gegen zwei komme ich nicht an. Ich habe sehr viel Damage gemacht, aber gegen zwei komme ich nicht an. Aber ich habe sie von der anderen Seite geholt. Ich habe mich nicht darauf geachtet, dass die andere dann nicht mehr fightet. Darauf muss ich mir achten. Ich hätte nicht gierig werden dürfen. So, ich würde eigentlich die beiden haben. Brauche ich 6000 für... Äh, Lucky Shot würde ich wahrscheinlich austauschen. Wogegen eigentlich? Gegen Rapid Rounds? Damage Reload Time. Active Reload. Fire Rate Ammo gegen Swift Striker? Ich denke wahrscheinlich gegen Rapid Rounds, weil es den Nachteil hat. Es gibt keinen Buy-Buyback tatsächlich. Das finde ich eine ganz gute Option. Was ist das hier? Bullets, Brüger und Enemies in ihrer Target. Applying any Bullet Procs and dealing percentage of the original damage. Er ist halt insane für die Ult wahrscheinlich. Oder? Wieso habe ich geschossen? Du, Monster, kannst uns stoppen. Sie könnte ich mich nicht in signilen. Sweet dreams. Sie werden Calte fallen... um beiden... um... 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 robe... lawone... Das ist wirklich ein bisschen so... ... Wenn ich das hier aber breit ziehen will, muss ich erstmal den hier drüben auch noch pushen. Muss ich mal da drin stehen? Ah, da kommt eine Seelenbombs. Die Feind hat auf der ganz anderen Seite. Den kann ich hier pushen doch. Los geht's, Mann! Die Schäden empfehlen mich. Die Erde ist uns! Ich kann jetzt natürlich auch die Sachen... Irgendjemand disconnected bei denen? Die OSIC trainiert mich gut. Oh, den kann ich kaufen. Ähhhhh... Oh, ich muss gar nicht austauschen. Ich habe einen Bonus auf alles. Oh, hallo? Ich habe das Gefühl, bei denen sind nicht mehr alle Leute da. So insgesamt. In meinen Bediener. Schnappzeit! Sie werden von der Amber Hand getrennt werden. Zerstör das Sapir-Plan! Hey, ich dachte, meine Leute sind noch da, aber meine Leute haben nicht gesehen, dass ich da irgendwie reingekommen bin. Die haben sich alle geturnt, also wirklich alle vier haben sich gerade umgedreht, als ich da reinkam. Ja, die hatten schon zwei gekillt, deswegen haben sich alle geturnt, okay. Das habe ich irgendwie nicht erwischt gehabt. Und ist das das Ding von ihr? Was da sonst wie? Ja, das haben wir alle ganz schön verkackt. Da sind von sechs Leute vier gestorben. RIP! RIP, 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 aber wir haben den gegnerischen Base fast geknackt. Aber das macht wirklich shit. So, jetzt hätte ich gerne nochmal 6300 für den Lucky Shot. Für mehr Ammo. Du entdeckst eine void-State und bekommst untereinander in dem Wissen von einer kurzen Zeit, während du nicht mehr bewegen kannst oder performst eine Aktion. Nachher kannst du schnell reingekommen und bekommst du ohne Spirit-Power. Press Space, um schnell zu verabschieden. Die Proof B kann erhöhen und effekte die Werte der Werte. So, ich hatte übrigens... Ich werde entdeckten. Achso, ja, genau. Ich hatte ein Stoppable. Was ich nie benutzt habe bisher, was ein Skill ist. Cool. Ich habe einen Einzelnen D-Ult zu machen, ist so unruhig. Das ist sowas wie League of Legends und 3D. Ja, genau. Das ist sowas wie League of Legends und 3D. Genau, genau, genau. Genau, das ist das Ding. Ich kann dich nicht bewegen, weil ich nicht, weil ich Ult mache. Ich, ach, kann Space drücken zum Cancel. Aber ja, hallo Stefan, es ist League of Legends 3D und ich sterbe gerade viel zu oft. 11, 9. Er steht 23, 10. What the fuck? Ich glaube, wir haben aber gewonnen. Gefühlt. Gefühlt sind die Gegner am Aufheben. So, was habe ich hier eigentlich gekauft? Ich habe das gekauft. Suppress Negative Self-Effekt und werde ich immun zu Stunts, Heiden, Sleep, Root und Disarm. Würde ich, glaube ich, nicht wieder machen. Auch wenn ich der Health und Move Speed und sowas kriege, aber würde ich, glaube ich, nicht wieder machen. Increase der Nummer auf Air Dills und Air Jumps und dann können wir vor Lernen, für Band 2. Extra Stamina. Stamina Curry, Air Jumps, Fire Rate, Spirit Power. Dann würde ich das hier nehmen, in grün. Proof Bullet Armor. Bullet Resist. Weapon Damage. Okay. Wir haben gewonnen. Wollen wir kurz gucken. Haben gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dazu beigetragen habe, gefühlt, aber keine Ahnung. Was ist denn das hier oben? Achso, das ist die Skillung. Okay. Hätte jemand komplett auf Spirit gestellt. Ja. Was haben wir hier? Gesamte Seelen. War echt sogar ziemlich beschissen. Shit. Ja, mein Rollengegner, also mein Lane-Gegner war halt noch, der war halt ein kompletter Anfänger. Der ist ein bisschen vor die Hunde gegangen. Der war, glaube ich, auch Anfänger. Also, die haben halt zu viert gespielt, basically. Ich glaube, die sind auch gequittet. Ich glaube, die sind auch gequittet. Schon durch. Wait, der hat Healing? Wieso heilt er sich so viel? What the fuck? Der war aber auch der Nervigste mit dem Reinswappen immer wieder, ey. Meine Fresse, war das eklig. Was ist das? Assists. Boah, ich hab etwa nur 19 Kill-Participations. Das ist gar nicht so viel. Wenn's 44 Kills gab. Mindestens, weil der hat 44 Kill-Participations. Das sind die Seelen, oder was? Gesammelte Seelen. Ja, am Anfang war das ziemlich even. Dann sind die Leute, glaube ich, auf meine Lane gekommen und haben denen noch mehr mitgebummst. Ich bin orange. Am Anfang war ich ganz gut dabei. Und dann ist... Ist das Türkis? Dass das nicht irgendwie nach Team halbwegs sortiert ist. Ist denn das? Da? Nee. Da? Nee. Da? Auch nicht. Die? What the? What? Oh, dann kamen die ganzen Seelen her von ihr. Holy! Ja, und sie hat halt konstant viele Seelen gehabt und Riser auch. Ja. Von den Seelen her hat sie uns gecarried. Seelen sind ja das Gold quasi. sie.